Was geht, meine lieben Freunde, und einen wunderschönen guten Abend hier bei mir zu diesem ganz, ganz kleinen Infovideo. Und zwar geht es um das Spiel Kingdom Come Deliverance auf meinem Kanal. Genau, ich habe einfach gesehen, dass die letzten Tage die Videoreihe überhaupt nicht mehr so viele Aufrufe bekommt. Und ich wollte mal euch fragen, ob ihr wollt, dass ich das Projekt immer noch fortsetze. Ich kann ja leider, ich habe ja leider immer noch nicht diese Community-Funktion, wo ich was reinschreiben kann und ihr könnt abstimmen. Das geht ja erst leider bei 10.000 Abonnenten, glaube ich. Wie gesagt, ich wollte einfach nur ganz kurz mal nachfragen, soll ich das Projekt noch fortsetzen? Weil, wenn nicht, dann kann ich die Zeit in andere Projekte investieren. Und ich würde einfach gerne mal eure Meinung wissen, wie das für euch aussieht. Und ich würde mich da über ein kurzes Feedback von euch freuen. Könnt mir einfach kurz was unten in die Kommentare reinschreiben. Und genau, sagt mir doch einfach mal, ob ihr wollt, dass ich das noch weitermache oder nicht. Das wäre alles. Euer Nia, danke fürs Zugucken und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haltet die Ohren steif. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020